Der St. Galler Bildhauer Toni Galzaferri seid selber über seine Ise-Spirale. Es fängt dort an, wo man meint, es habe noch nicht angefangen. Dabei hat es nie angefangen. Und es hört dort auf, wo man meint, es hätte längst aufgehört. Dabei hört es gar nie auf. Die Skulptur Weglager stehen ganz hart an einer stark befahrenen Strasse und spielen mit der Mobilität unserer Zeit. Unablässig, gleich wie rollende Räder, glaubt man, dass man eines dieser Räder selbst ist. Und auch beim Durchschritten dieser meterhohen Stahlskulptur wird man unweigerlich mitgetragen im Laufe der Zeit.